BVB Total im Doppelpass mit der Telekom Ich habe immer gesagt, dass es mein Traum ist, für einen großen Verein in Europa zu spielen. Dynamo Kiew ist auch ein großer Verein, aber wenn man Borussia Dortmund und Dynamo Kiew vergleicht, ist das ein Schritt nach vorne für mich. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal dem Präsidenten von Dynamo danken, der mir versprochen hat, dass ich früher oder später bei einem großen europäischen Verein spielen darf und jetzt sein Wort gehalten hat. Und jetzt freue ich mich auf die Zukunft. Der 27-Jährige ist im Angriff variabel einsetzbar. Am wohlsten fühlt sich der Ukrainer aber auf Rechtsaußen. Trotz seiner Größe ist er unglaublich schnell und trickreich. Und am wichtigsten äußerst treffsicher. 137 Treffer in 339 Pflichtspielen für Dynamo Kiew. Eine beeindruckende Quote. Ich setze mir immer die höchsten Ziele. Und ich versuche immer alles, um das Maximum zu erreichen. Ich trainiere immer hart, um die beste Leistung auf dem Platz zu zeigen und dem Verein dabei zu helfen, die höchsten Ziele zu erreichen. Jammolenko hat zunächst für vier Jahre unterschrieben. Jede Menge Zeit also, um die ehrgeizigen Ziele zu verwirklichen. Wir wünschen unserer zukünftigen Nummer 9 auf jeden Fall viel Glück dabei.